Paul! Alter! Es ist wunderbares Wetter zum Riden und deswegen gehen wir heute. Riden! Paul! Willst du jetzt bitte einfach herkommen und die Abendmoderation machen? Hallo meine lieben Zuschauer, heute sind wir wieder im selben Wald wie gestern. Ziemlich langweilig, ich weiß immer dasselbe zu sehen. Heute wollen wir ein bisschen Tricks setten, das Wetter ist dezent scheiße. Ja, und wir wollen ein paar Tricks setten. Alles gut. Next try. Könnte werden, Digga. Habt ihr Tipps für den FreeSixi? Schreibt es in die Kommentare. Genau, dann stehe ich mir jetzt auf, an dem ihr jetzt in den Kommentar schreibt. Der ist sich geil angefiehlt, oder ganz geil ausgesehen eigentlich. Alter! Alter! Der war übel gut, Digga. Sendung! Geil, Digga. Wieder so einer. Werden, Digga. Ja, der wird safe, Digga. Das ist ja übel geil. Ja, also die Session ist ja grad ziemlich konzentriert. Wir haben trotzdem noch unseren Autismus-Warnwesten an. Deswegen haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Warnwesten aus, oder Autismus an. So Leute, ich will jetzt ein paar Tugs machen, und ja, ich hab Tugs erst vor kurzem wieder neu gelernt. Bei mich hat's beim Tag mal Hauer gemacht. Aber immer dranbleiben, ne? Mhm. Hast du nen Trick beim ersten Mal nicht drauf? Hör lieber gleich auf. Auf jeden Fall jetzt ein paar Tugs. Woah, let's go! Woah! 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 Die Weisheit besagt, ja, wenn's beim ersten Mal nicht klappt, dann hör lieber direkt auf. Mit Balken. Genau. Also, tschüss, Bro! Ja. War eine coole Zeit. Ja, Digga. Tschüss! Ja, ja, Paule, hast du denn noch alle Tassen im Schrank? Hände waren weg. Jo, nice. Jetzt kommt der zielse Tag, den ihr je gesehen habt. Jo, Liga, nice. Jo, das war's vom Video. Wir sind wieder raus aus dem Wald, wo's einfach schon wieder krass sunken wurde. Wenn ihr mehr Bock auf sowas habt, dann lasst einfach mal ein kostenloses Abo da. Und schreibt unter die Kommentare hype, wenn ihr Bock auf ein neues Video habt.